Unser letzter gemeinsamer Abend am 23.11. Und jetzt schmeiße ich mal die ganzen Handtücher hier in die Manege. Damit die noch schön eingedüftelt werden. Wahrscheinlich auch ein bisschen eingepieselt, hä, Beri? Wollen wir es ja nicht hoffen, aber so ganz, ganz, ganz immer ist nicht draußen gepieselt. Manchmal ist es noch herin. Schaut mal, sie schmeißen sich schon auf den Berg. So, jetzt gibt es gleich was zum Essen. Das ist dann unser letztes gemeinsames Abendessen, gell? Ach Gott, ja, jetzt ist es auch schon wieder soweit. Na gut. Ja, tolle Handtücher. Ja.